Adrien hat das Recht, zusammen zu sein, mit wem er will. Vor allem anderen hat er die Pflicht, meine Anweisungen zu befolgen. Das werden wir noch sehen. Eingehender Anruf, Lila Rossi. Lass den Mond aufgehen! Der Rote Mond verleiht mir die Kraft, mit einem Fingerschnips jeden zu eliminieren, der sich in seinem Licht befindet. Felix! Guten Abend, Onkel. Du kannst mich jetzt Argos nennen. Erlaube dir niemals, dass... Oh, doch, das wirst du. Es wird Zeit, dass dich endlich jemand davon abhält, alle Leute zu kontrollieren. Es muss jeder so sein, wie du es willst. Ich befreie uns von dir! Nein! Sei froh, Kagami. Jetzt bist du wirklich frei.